Noch eine, wenn eine noch muss, aber dann ist... Oh hier, da, so. Sekunde. 160. 160. Die Hütten sind voll. Wie viele bei Mutti wohnen haben wir denn noch? Guck mal einer an, das ist doch schon gering. Das ist doch schon weniger geworden. So, wenn die Hütte fertig ist, dann zieht er der Rest ein. Aber dann haben wir wieder zu wenig. Ich hab da nicht drauf geachtet. Ich hab da nicht drauf geachtet, wie ärgerlich. Na gut, kann man nichts machen. Wir versuchen hier das Beste rauszukriegen. 21. August. 9000, also gut, wir haben eingekauft, ne? Wir haben hier Fahrzeuge importiert. Das ist nämlich das gewesen. 14.000. 14.000. Oh. Naja. So, 500. Ich wollte gerade meckern, dass die vielleicht irgendwo stehen, aber wenn der hier zurückkommt, dann muss der andere auch auf dem Weg sein. Also, ne? Alles gut. So, wie viel Ziele haben wir jetzt hier drin? 300 Tonnen. Jetzt rumpelt das hier. Jeppes. Das rollt richtig jetzt. Jetzt läuft es. So, Arbeitslosen. 245. Großartig. Mit wie viel Geld ich gestartet habe, Sammelzombie? Ich glaube, das waren... 1 Million Dollar und... 3 Millionen Rubel, glaube ich, ne? Irgendwie so. Die mittlere Geschichte, ne? Ja, mir war es nicht. So, wie weit sind wir hier? Dürfte auch fast fertig sein, ne? Ja, fast. 19 Tonnen noch. 19 Tonnen Siegel. Also, wenn der jetzt mal ein bisschen mehr rollen würde hier... Da kommt der Nächste schon. Ey, cool. Ich meine, es war 1 Million Rubel und... Dollars und 3 Millionen Rubel. Irgendwie so. So. Es läuft. So, was haben wir jetzt noch hier? Noch 9 Tonnen. Was ist noch? Ein LKW. Dann haben wir die Ziegel durch. Ist er das hier? Für dich, genau. Für die Straße. So, dann ist die Straße auch fertig. Das Gebäude. Was fehlt uns hier noch? Es fehlt ein Ziegel hier. 8,2 Tonnen. Das ist mal so ein leichter... Na, 3 Viertel voller Anhänger, ne? So. Wie viel Kohle haben wir? Ja, locker. So. Jetzt müsste er fast fertig sein, ne? Als wir jetzt... Ja, Asphalt fehlt noch. Nun fehlt Asphalt. Und da müsste auch der Asphaltleger mitkommen, ne? Oder? Bin ich das verkehrt? Natürlich, da ist er doch schon. Da kommt er. Der Asphaltfertiger ist hinten drauf. Super. Das kostet uns wieder noch wieder Schotter, weil... Wir da wieder... Mit Turm einkaufen müssen. Und Kies, glaube ich, auch, ne? Ja, weil Kies haben wir nicht. Immer diese Dunkelheit, ne? Immer diese... Diese Schwarzarbeit. Das ist ruchbar. Kommen Sie jetzt? Der hat noch bestimmt Asphalt mit. Der hier hat bestimmt Asphalt mit. 100 pro. Klarer wo. Natürlich. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Licht, damit wir es sehen können. Dann können wir auch sehen, wie er das da raufballert. Oh, da liegt, ne? Ja, es wird hell. Ist auch weit weg, also. Du musst die halbe Nacht fahren. Sappelzommel, du bist schon gespannt auf die Polizei im Spiel. Ich bin mal auch gespannt, wie das funktioniert. Wie das laufen wird. Weil dann wirst du ja sicherlich auch irgendwie mit Verbrechensraten zu tun haben. Verbrechen zu tun haben und so Krams. Bin mal gespannt. Dann wäre das ja noch komplexer. Ich finde das jetzt schon sehr komplex. Wenn das denn noch draufkommt. Ui, ui, ui. Dann müsste, dann fehlt ja eigentlich noch die Müllabfuhr. Der Müll muss auch irgendwo hin. Neues Gebäude Gulag. Genau. Genau. Das müsste dann schön abseits, ne? Schön abseits. Kriegen wir das fertig hier? 16 Tonnen. Jo. Sollte fertig werden. Und Wasser fehlt auch noch. Unordentlich Militär. Ach, du Himmel. Was wollt ihr denn noch alles? Und Demonstration. Ach, du Schande. Ich glaube, dann bricht das hier. Das ist komplett zusammen hier. So, Straße ist fertig. Was ist jetzt noch? Ach, ich glaube, die bauen jetzt das Geländer an. Damit da keiner runterfällt. Ach, stimmt. Die Walze muss ja noch kommen. Stimmt, die Walze muss... Da ist sie doch schon. Da kommt sie. Richtig, die Walze war es. Das muss noch gewalzt werden. Oh, das hat er dann aber ganz schnell gemacht. Da ist er fix mit. Na gut. Äh, ja. Die Walze war aber echt schnell. Der Feuerwehrwagen. Warum ist unsere Feuerwehr eigentlich denn hier? Da ist sie doch. Was ist denn das Teile? Ähm, der hier, ne? Der W50. Juhu. Der ist doch cool. Ach, der ist doch schön. So. Nee, aber mehr nicht. So. Wie sieht's aus? 94 Leute wohnen hier. Da ist noch Platz drin. Für Mutti-Wohner. Ja. Die wohnen garantiert nicht mehr zu Hause. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Doch hier, da. Da sind noch neun Stück, die zu Hause wohnen. Leute. Das geht nicht. Fußwege. Ja, die kommen da nicht hin. Das ist ja wirklich zu weit. Weil wir da einen Fußweg vergessen haben. Aber den bauen wir doch schnell da hin. Und zwar. So. Den bauen wir natürlich auch selber. Wir bauen dann natürlich alles selber. Weil bei 45.000 ist echt ein bisschen, also unser Haushalt ist echt ein bisschen mager, ne? 17.000. Was haben wir hier denn drumrum blieben? 900 Tonnen. Ich würde ja liebsten noch einen neuen Zug. Na, aber das ist nicht drin. Neuer Zug geht nicht. Weil ohne Moos, kennt ihr, ne? Ist nix irgendwie los. Wie ist das hier mit Stahl? 111 Tonnen haben wir. Ah. Ist ja furchtbar. Furchtbar. Ist ja furchtbar. Strom verkauf ich natürlich. 770 Tonnen, was, 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 was? 770 Tonnen Kohle. Zitkel da. 700 Tonnen. Ist doch cool. Sehr schön. Läuft. 108. Jetzt sind die auch hier weg, ne? Die bei Mutti-Wohner, oder? 6. Die sollten eigentlich den Weg nach oben winden, oder? Nee, die kommen ja nicht ganz hoch. Auch jetzt. Straße ist fertig. Die Straße ist fertig. Jetzt geht's. Jetzt verschwinden die auch hier. Weil die ziehen dann um, ne? Ja, 6. 5. 5. 5. Juhu. Die finden ihre eigene Wohnung. Mutti-Tates tritt sie sozusagen durch die Tür. Raus! Faules Pack. Nee, sagt sie bestimmt nicht. Pass auf dich auf. Und wenn du was brauchst, ne? Ich weiß ja, wo wir wohnen. Klaro. So, wie gesagt, Strom verkaufen wir in Hülle und Fülle. Vollgas sozusagen. Alles, was wir verkaufen können. So, Export. Können wir mal schauen. Strom! Verdienen wir 13.000 ran. Ist jetzt nicht der Burner, ne? Ist jetzt nicht der Burner. Was kriegen wir denn dafür? 0,87 Obel für einen Kilowatt. Was? Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen sanktionieren hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir exportieren doch, ne? Ja. Noch eine zweite Leitung ran. Aber ich glaube, dann bricht unsere zusammen hier, ne? Ich glaube, wir sind jetzt Ende im Gelände. Jetzt, wo die Straße Richtung zweite Kohleanlage fertig ist, würde es diesmal nicht lohnen, eine Straße zum zukünftigen Eisenberg mitzuziehen. An der Leitung. Ja, natürlich. Das machen wir gleich. Das geht gleich los. Das ist überhaupt eine gute Idee. Gute Ideen. Ihr seid ja voll mit sowas. Eui, eui, eui. Das ziehen wir auch mal hier hoch. Dann können wir da oben auch bauen. Das ist überhaupt eine gute Idee. Ja, Mensch. Aber das ist natürlich Fahrwege, ne? Das ist ja... Boah. Aber... Lass mal kurz Straßen gucken. Wie sieht's hier aus? Ähm... Ich glaube... Kriegen wir hier eine Straße durch? Natürlich nicht. Wäre ja auch super. Wäre ja auf der Hammer gewesen, wenn es klappen würde. Warum denn nicht? Aber wir können ja draußen rum was machen, ne? Aber andersrum. Wir wollen die Kohle ja irgendwie auch, ähm... Abzwackeln. Da rauskriegen. Können wir da irgendwo eine Straße zwischenbauen? Beschneiden. Da. Das würde klappen. Dann kriegen wir sie oben raus. Hier unten runter. Und da ran. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen... Ihr könnt das Spiel, ne? Erdarbeiten. Jawohl. Da sind wir gut drin in sowas. Ach. Mit der Erde arbeiten können wir. Sowas mögen wir. Unheimlich. So. Mal auf Kiesstraße. Was ist denn das hier? Die ist doch schon da dran, ne? So. Jetzt kriegen wir die Straße auf jeden Fall da durch. Das klappt. So. So rum. Bitte hier rum. Ähm. Gehen wir das ein bisschen runder. Ein bisschen schöner sozusagen. Ja, Mensch. So. Das sagt ja nicht mehr schlecht. Dem verraten wir aber noch nicht, wo das lang gehen soll. Ähm. Wir müssen hier eben eine Straße rauskriegen. Möglichst so schnell. So kurz wie möglich, ne? Warte mal. Das müsste dann direkt hier durch. Aber das ist ja... Older Freund, Freund, Freund. Wir spielen noch ein bisschen mit der Erde rum. Das ist ja ein bisschen größer, ja. Braucht gar nicht so groß, ne? So klein ist es halt auch schon. Noch kleiner. Das ist nur eine Strand... So eine Trasse hier durch. So. Hier müssen wir gleich irgendwie mit der Brücke arbeiten, glaube ich, ne? Das, äh, kommen wir nicht andersrum hin. Also hier müssen wir irgendwie mit der Brücke runter. Das ist ja alles gerade, ne? Ja. Eine kleine Trasse hier gebaut. Siehst du, wunderschön. So. Und von hier eine Straße raus. So. Von da müssen wir dann halt eben... Da gehen wir einfach hier so ran. Äh. Theoretisch. Ähm. Kieswerk. Also, wir reißen mal kurz die Straße weg. Ach nee, das können wir gar nicht. Das kann ich gar nicht. Weil dann kommen sie da wieder nicht hin. Oh, die denken nicht. Muss ich so machen. Die Schneise sieht aus hier natürlich gewachsen. Natürlich. Was? Warte mal. Ich muss mal... Warte mal. Wir haben... So. Ach, da haben wir einen kleinen... Bergkrabben. Guck mal auf. Ich komme hier so raus. Das geht. Toe scharfe Kurve. Bahnung ist da natürlich nicht erlaubt. Das haut hin. Okay. So. Jetzt müssen wir da irgendwie eine Brücke runterkriegen. Irgendwie. Das klappt natürlich da nicht. Ich muss mich fragen, ob wir das rauskriegen hier. Aber warum denn? Hügel verursacht Verhinderung. Oh mein Gott. Warum verursacht der Hügel denn so ein bisschen Kram? Ist sowas mal auch normal? Bis dahin können wir. Jetzt müsste normalerweise die Brücke da ran. Warum ist die so steil? Ach, das geht. Oh, guck hier. Verbindung ist zu scharf. Okay. Das geht nicht, aber das geht. Da haben wir doch ordentlich ein Gieseldinge gebastelt. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie viele Giesel da... Wie viele... 345 Tonnen Gie... Ja. Na ja, dann nehmen wir das doch so mit, ne? So. Verbindung ist vorhanden. Dann darf das auch gebaut werden. Straßenmäßig, würde ich sagen. Aber jetzt schon? Oder später? Ich glaube später, ne? Was das kostet? Ja, bestimmt. Ähm. Baubeginn. Weil, dann können wir theoretisch hier mal sagen. Das soll erstmal ausgesetzt werden. Dann können die da nicht weiter nichts machen. Dann kommen sie sowieso nicht hin. An der kleinen Brücke konnten sie üben. An der Likos. Jetzt geht's ans Eingemachte hier. Jetzt geht's richtig rund hier. Was brauchen wir dafür? Was war das? 345 Tonnen. Ist ein bisschen. Aber wir haben das. Es ist nicht so, dass wir nichts haben, ne? Also, Ziegel haben wir. Okay. Aber hier müssen wir auch unbedingt diese, diese... Das muss besser werden. Problem ist Kohle. Problem ist Kohle. Da machen wir echt miese. Immer noch. Letzten Monat. 30.000 plus. Dieses Jahr 53.000. Da ist er... Nicht... Ach, wir haben ja hier... Was war das? Import. Fahrzeuge haben wir eingekauft. Und zwar... Was haben wir nicht eingekauft? Essen. 70.000 fürs Essen. Boah. Essen ist aber auch teuer, ne? Oder? Warum müssen die so viel essen? Können wir das nicht rationalisieren? Trockenbrot, Knäckebrot, wegen sowas. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Bauen. So. Die zweite Anlage wird gebastelt. Nützt es aber alles nichts, wenn wir die Kohle nicht haben, um... Noch einen zweiten Zug anzuschmeißen. Irgendwelche Ideen? Bei neuen Krediten wollen wir eigentlich nicht machen. Wir wollten eigentlich ohne leben. Samtkuchen. Genau. Du räumst ja den ganzen Tag Erde durch die Gegend. Stimmt. Lecker, lecker Sandkuchen. Jawohl. Gute Idee. So. Fünf Ärzte sind vorhanden. Prof... Wir haben keine Studenten? Was? Was? Was ist denn hier los? Wie? Keine Studenten. Wieso keine... Wie? Keine... Wo sind die denn bitte? Wieso sind hier keine Studenten? Wo sind die denn hin? Ähm... Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Ähm... Wenn man jetzt sehen könnte, wo da die Leute arbeiten, wo die herkommen. Wo kommst du her? Ah, da oben. Habe ich denen gesagt, wo die arbeiten sollen? Die glaube ich, die habe ich gar nicht, ne? Hinten nach nichts was zugewiesen. Wir entscheiden selber, wo sie arbeiten sollen. Entscheiden selber. Neun. Zwölf. Lord Raffnicks. Hallo und herzlich willkommen. Die Lok steht... Stimmt, eine Lok steht rum. Dann können wir die auch nutzen. Können wir die auch nutzen für... Kohle transportieren. Das stimmt. Also pass mal auf. Zwölf haben wir hier. Fünf. Schule. Da brauchen wir Leute. Pass mal auf. Wir sagen denen mal, wo die arbeiten sollen. Und zwar hier. Ganz wichtig. Und dann. Von mir aus gehen wir nicht. Ist zu weit weg. Ist zu weit weg. Schule ist ganz wichtig. 37 Euro ohne Job. An den Rest bauen wir mal da hin. Das wird sich irgendwie verteilen. Oder wir hätten auch da einschicken können. Aber 207 Leute sind da. Wir brauchen erstmal hier. Mehr Lehrer. Lehrer. Wir brauchen Leute mit Bildung. Was haben wir hier denn für Leute? 14 Mann. Guck mal auf. Hier genauso, ne? Schule. Von mir aus Bahnhof. So. Acht Lehrer haben wir jetzt hier. Wir brauchen noch eine Schule mehr, glaube ich. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Eine kleine Schule ist zu wenig. Wir haben viel zu viele Schüler. Hier ist doch noch Platz für eine Schule, oder nicht? Wie ist das denn gerade hier mit, ähm, Sportarten natürlich? Aber Sportarten können wir hier hinten irgendwo hinpflanzen. Da hier passt noch eine Schule mehr mit rein, glaube ich. Eine Schule ist nicht verkehrt. Das passt noch. Die neue Schule bei der Busstation. Hier oben hin. Hier hinten würde auch noch eine hinpassen. Du hast recht. Passt mal auf, da bauen wir noch eine Schule mehr. Das macht ja nichts. Ähm, Schule. Da ist sie, die gute alte Oldschool. Ich meine, das ist natürlich ein Neuerer Klopper, ne? Was geht da an Leute rein? 470. 15 Mitarbeiter, 15 Schüler. 15 Lehrer. Ähm, ich sehe gerade. Das Ding ist günstiger. Das Teil hier. Was geht denn da rein? Asphalt, 58 Stunden. Oh, ist alles gut. Ich nehme mal, die nutzen wir. Die Schule nehmen wir mal. Schöne, große, fette Schule. Bauen wir hier mal inzwischen. Wie wird das am besten passen? Im Dunkeln bauen ist immer so ein bisschen problematisch. Schule ist vorhanden. Kindergarten. Da ist noch Platz drin. Da haben wir über 100. Ja, 180. Guck mal, 200. Da ist noch Platz drin. Da haben wir noch genug drin. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die Schule wäre auf jeden Fall besser. Weil da kriegen wir mehr Schüler rein. Gleiche Anzahl Lehrer. Gleiche Anzahl Lehrer, mehr Schüler. Wir brauchen die große. Die große Schule natürlich. So. Da müssen wir sehen, dass wir eine Straße eingebastelt kriegen. Das ist doch gar nicht mal so doof. Gar nicht mal so doof. So. Siehst du wohl. Dann müsste sie theoretisch, die Straße müsste irgendwo hier wieder inzwischen reingehen, ne? Oder wir gehen direkt an den Kreisverkehr ran. Direkt an den Kreisverkehr, das könnte man natürlich auch machen. Wo? Dann haben wir das auch verbunden. Ja Mensch, also das ist doch immer gar nicht schlecht. Siehst du, würde ich sagen. Das machen wir so, ne? So. Kann gebaut werden, Jungs. Ihr kennt das ja, ne? Ja, das Spiel. So. Die oben wird gebaut. Es fehlt Beton. Okay. Wie viel Stahl haben wir denn noch? Ähm. Sozusagen gar nichts mehr. Aber ich meine, irgendwas ist ja immer, ne? Also, dann würde ich mal sagen, wir lassen wieder losfahren. Äh. Äh. Ja, also. Sonst noch. Siegel. Lass mal auf. Wir machen mal kurz mal wieder. Hier sind so Elektrokomponente. Hat er noch was mit? Mechanik hat er auch noch mit. Stahl und Bretter auf jeden Fall nicht. Da kann er ruhig eine Runde Ziegel mitnehmen, ne? Runde, ja genau. Wir sagen, Ziegel kann er mitnehmen. Jetzt sagen wir nochmal direkt, was er machen soll. So. Ähm. Zollhaus. So hast du. Bretter auf jeden Fall nicht. So hast du Stahl laden. Und entladen sollst du Ziegel. So. So. Frachtbahnhof wieder ran. B laden mit Ziegel. Und entladen. Mit Stahl, ne? So. Ich glaube, so ist gar nicht mehr verkehrt. Ja, und natürlich Elektro. Das dann natürlich auch. Und Elektrokomponenten. So, ne? So. Und da soll er nur Stahl laden. Er nicht. Alles klar. So. Pihot, fahr los. Das kostet jetzt Geld. Ich glaube, jetzt gehen wir pleite. Ich habe so das Gefühl. Ich habe das so im Gefühl. Halt da hin. Letzten Monat 27.000 plus gemacht. Kredit sieht aus. 1,2 Millionen. Wir sind echt schön weit runter, ne? Von 2 Millionen ist ja echt schon nicht schlecht. So. Kohle ist vorhanden. 400 Tonnen. Kohle ist hier drin. 1500. Bester Kram. Jetzt haben wir hier drei Züge am Laufen. Ach, du Himmel. Hoffentlich klappt das hier. Da hat er nicht drüber nachgedacht. Ist da ein Zug? Nee. Hoffentlich klappt das. Oh mein Gott. Da hat er nicht drüber nachgedacht. Nicht drauf geguckt. Der Lümmel kommt auch gerade angerollt. Sekunde. Ich habe das Gefühl, dass das in die Hose geht. Ich habe so das Gefühl, dass das in die Hose geht. Ich habe das Gefühl, dass das in die Hose geht. Vor allem, wenn der Knecht ankommt, der lässt man echt nicht was haben. 19.000. 18.000. Ich glaube, wir kommen so auf schlappe Null. Ja, wir sind leider auf Null. Wie viel hast du denn mit? 10 Tonnen. Nee, konnte ich mal wussten, dass wir ja. 49 Tonnen. Aber wir rupfen sozusagen auch die... Was dann noch... Was jetzt noch da geladen wird, das ist ja unsere Stromgeschichten, ne? Na doch, der nächste an mit, wie viel soll es geben? 9.700. Ui, ui, ui. Ich meine, Stahl brauchen wir ja. Das ist ja das Problem. Wir brauchen den Stahl. Okay, ein bisschen Plus haben wir. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Er macht sich wieder auf die Socken zurück. Und dann nimmt er auch eine Handvoll Ziegel mit. Das ist auch gar nicht schlecht. Na ja. Analikus, das finde ich aber auch. Das ist echt gemein von Mütterchen Russland, dass sie mir nicht einfach mal so eine kleine Finanzspritze geben können. So eine kleine Spende, ne? Da geben wir uns echt hier voll die große Mühe. Und dann kriegen wir da nur echt solche, ne? Tritt in den Hintern sozusagen. So. Konntest du abladen? Konntest du. Wie bist du hier noch drin? 600 Tonnen immer. Es fehlt. Was fehlt? 7,7 Tonnen Stahl haben wir noch. 139.000 fehlen uns. 139 Tonnen fehlen uns. Es wird schwierig, ne? Es wird schwierig. Warte mal, das hier. Konstruktion. Warte mal, neben mir das ist da, ne? So. Hier. Kann ja auch gebaut werden, ne? So, die Straße ist ja noch auf Pause. Da kann passieren noch gar nichts. Aber hier sind sie am Wühlen. Guck mal an. Wie fleißig sie sind. Ja, Mensch. Das ist doch Wahnsinn. Da sind sie auch dran. Das ist ja, ne? Hier wird gebaut in allen Ecken. Wir können nicht groß was machen, weil wir keine Kuhle haben. Aber wir geben ja nicht auf. Vor allem jetzt sind wir gut dabei. Wir machen ein schönes Plus. Im Moment wirtschaftstechnisch. Da jetzt nicht gerade, aber sonst machen wir ein Plus. Ja, doch. Tun wir. Letzten Monat hatten wir ein Plus. 27.000. Dieses Jahr 67.000. Nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Gut, könnte mehr sein. Aber wie gesagt, wir haben ja nur die Kohle, die uns was bringt. Ähm, warte mal, was haben wir hier noch drin? Wenn der wieder zurückkommt, hat er wieder was. Für uns. Wir kriegen das schon hin. Also wir werden auf jeden Fall nicht versagen, kann man sagen. Würde ich sagen. Gell? Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020